Schleppt meine Frau mich einfach in diese unsägliche Oper der Bassgeiger zu Wirkel? Also erstens ist das in einer Oper immer sowieso ganz komisch. Singen die oder sprechen die? Und zweitens der Bassgeiger zu Wirkel? Das klingt ja eher wie ein Heimatabend als eine Oper. Und überhaupt. Sind Opern nicht immer in italienischer Sprache? Nein, also ich sag's ja, ich mag Oper und ich mag vor allem klassische Musik nicht.